Hallo! Okidoki! Also Leute, willkommen. Wieder willkommen zurück. Ich habe jetzt kapiert, wie man die Kamera wieder umwechselt, wenn ich das habe, noch niemals in meinem ganzen Mario-Leben gemacht. Noch niemals! Also, ja, darum habe ich nicht gewusst, wie man diese Welt schafft. Wahrscheinlich hätten wir das Chris' wohl auch ein Schildchen aufschreiben sollen oder Topten sagen lassen. Jedenfalls können wir jetzt die Welt doch noch machen. Ja, wie ihr schon letztes Mal gesehen habt, die andere Welt ist schief gelaufen. Echt schief gelaufen. Ich fühle mich irgendwie, dass ich mich dem richtigen Hengst und Klassen bin. Kein Lucky, du kommst mit. Ende der Geschichte. Ich habe dich ja irgendwie gebraucht, die Mario zu reden. Das war schön. Ich dachte, ich musste es nicht. Hier bin ich! Uh, nette Welt! So, wenn ich so nahm denken kann, die Welt da oben können wir nicht schaffen. Ganz vortrig, haben wir abgeschlossen. Bob-Oms neue Welt habe ich keinen Stern mehr im Recht. Und, ja, wir brauchen auch noch drei weitere Sterne. Und wenn wir das nicht herkriegen, dann haben wir einen scheiß guten Leben. Und diese Sterne haben die Welt weggehakt. Und die Erde sagt, und die Erde wird das Wasserländer und die Sterne brauchen. Scheiße, mir bleibt nichts anderes. Ich habe keine Lust anzufrieden. Ich habe keine Lust anzufrieden. Blablablabla. Österreich, Deutschland, England. Blablablabla. So, jetzt habe ich alles wiederholt. Ich bin einfach. W-W-W-W, Stimmel! Los geht's! Man kann hier immer noch die Marius-Sicht wechseln. Hm! Ich habe Angst, ich habe Angst. Darum mache ich lieber nichts. Der ist der schon die Kamera müheng. Das ist ein Kaffee! Das ist ein Geheim-Mirapest! Es ist glücklich, nicht so lange zu mehreren Sachen zu machen bei diesem Night. Okay, um ja. Chris, ich glaube, das hier wird die Kombination zu Let's Glitch Play. Falsche Kamera. Ich habe Angst, mich zu bewegen. Egal, was ich mache. Es bringt nichts, Leute. Ich komme nicht mehr weiter in dem Night. Ihr müsst wohl meine andere Datei benutzen. Also ja, bis zum nächsten Mal.